Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Basisqualifikationsprüfung Industriemeister NTG vom Frühjahr 2010 mit der Aufgabe 4. Bei der Aufgabe 4 geht es darum, dass ein Kran einen Motor ausbauen soll. Der Motor wiegt 125 kg. Er wird innerhalb von 0,3 m auf eine Höhe von 5,5 m gleichmäßig angehoben. Die Verluste des gesamten Systems, mechanisch und elektrisch, betragen 12%. Der Motor wird an einem 3-Phasen-Drehstromnetz von 400 V betrieben, wobei der Cosinus-Phi-Faktor 0,89 beträgt. Bevor wir gegeben und gesucht aufschreiben, machen wir uns wieder anhand einer Skizze den Sachverhalt klar. An einer Winde wird ein Motor ausgebaut. Dieser Motor hat eine Masse von 125 kg. Wir können sofort umsetzen und sagen, die Masse hat immer eine Gewichtskraft und diese Gewichtskraft beträgt m mal g gleich 125 kg mal 9,81 m pro Sekunde Quadrat. Wieder mit ungefähr 10 kg gerechnet, ergibt sich daraus eine Kraft von 1250 N. Das ist unser Fg. Gut, das ist erstmal die erste Zwischengröße. Die anderen Daten will ich mir hier mal so ein bisschen versuchen skizzenhaft einzuarbeiten. Die Masse wird einen Weg von S gleich 5,5 m durchlaufen.